Die ehemalige GMTN Teilnehmerin Julia Wulff war einkaufen, hatte so einen Hunger, dass sie sich schon direkt auf die Straße gesetzt hat und ihren Eiersalat gegessen hat und dann kam eine lustige, aber irgendwie auch unangenehme Verwechslung. Daneben ist nämlich so ein Jugendhaus, wo ich glaube, da gehen auch öfter mal so, wie so Straßenkirchen oder so. Und dann kommt der Typ, läuft an mir vorbei, guckt mich an mit seinem Hund und sagt so, brauchst du was zu beißen, Mädels, soll ich dir was mitbringen vom Supermarkt? Brauchst du was? Ich so, was? Ja, was zu beißen, willst du ja nicht was zu essen holen? Und ich so, was? Nein, Mann, danke, passt schon. Also legit, er dachte legit, ich bin ein Straßenkind, so krass. Und ich denke mir nur so, Junge, ich habe irgendwie 800 Euro Schuhe an. Ja, okay, das eine Zeichen ist ab. Sie sind jetzt nur noch 400 Euro wert, aber das war auf jeden Fall doll.